Fly, Balloon, fly! Oh, nee! Nee, ich will nicht! Ich will nicht! Nein, ich will nicht! Test your skills in this hard-up-scale course, but you must fly through all- What? Ops- Ja, ja, ja! Ich will nicht! Ich hasse Power-Balloon! Oh, ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter! Nee, das wird nichts! Ich glaube, hier ist es besser leicht ganz runter! Ach ja! Aber ich sehe gerade, hier könnte man ruhig verlieren! Es ist also nicht so wie in einer schrecklichen Bonus-Welt vom Original! Ja, wahrscheinlich kommt dieses Element auch noch! Ja! Geht aber das weg! Ich sollte öfter Safe-State-en, damit ich nicht so viel nochmal machen muss! Und Safe-State! Und drüber! Und Safe-State! Und runter! Und drüber! Und hoch! Und... Nein, nicht links, sondern rechts! Ich weiß selber nicht, warum ich gerade links geflogen bin! So, Safe-State! Und weiter! Und... Äh, wenigstens war er fair und hat... ...da unten immer Plattform hingelegt! Ernsthaft! Das erste Level war bisher immer noch das schwerste! Ja! 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 Wobei das hier auch gerade nicht ganz ohne ist! Oh! Ich hätte gern einen P-Switch! Das würde das Ganze wesentlich einfacher machen! Na, wenigstens schießen die jetzt nicht! Aber ich wette, man muss mit einem P-Switch zurück! So sieht das schon aus! Ähm... Äh... Wir fliegen ja schon weiter! Genau! Nicht mehr berührt und trotzdem! Ja, irgendwie sind die weiter auseinander als die von vorhin! Ganz ehrlich! Das ist ein gechilltes Level! Auch wenn jetzt so die mistigen Fische auf einmal kommen! Ach! Nya! Om nom nom! Marshmallow Mario! Ganz lecker! Besonders für... ...manche Erpflanzen! Besteht zu 80% aus Luft... ...und 120% aus Helium! Ich weiß, das gibt keinen Sinn! Aber dieses Spiel ergibt auch keinen Sinn! Äh... Weiter! Safe State! Nein! Nein! Und Safe State! Und... ...puh! Und... Ende! Jetzt lass mich schon da rein! Er hat den Moonwalk wieder gemacht! Und man braucht doch keinen P-Switch! Jihah! Ähm... Kurz was trinken! Dann geht's auch sofort weiter! Big Boos Challenge! Schon wieder einen Big Boo besiegen? Save! Save! Enter! Save! Äh... Ein Ghost House! Was sagst du? Du liebst das Ghost House, du musst die 5-Pig-Boo's und die famous King-Boo! Fünf! Fünf! Du bist doch... hässlich! Äh... Okay... Genau, genau... Wie heißen eigentlich die Geister nochmal? Ich finde die gerade nur ziemlich nervig! So... Ähm... Der war unklever! Der war richtig unklever! Ey! 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 Und weg sind sie! Und ins nächste! Ach du Scheiße! Ähm... 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 Äh... Warum rutscht Mario? Äh! Bist du bescheuert? Ähm... Ähm... Naja... Deswegen weiß ich jetzt auch, warum wir keine Gegner sind. Und... Wir sind... Na... Na... Nein! 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 Oh! Nein! Oh! Genau, genau! So wollen wir es überhaupt nicht sehen! Ja! 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 Nein! Warum mache ich sowas? Genau! Genau! Ey! Seid ihr... Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch! Macht mir das Leben doch schwerer, als es so schon ist! Ich bin schlecht, ich bin verdammt schlecht! Und dann kommt sowas! Nein! Ah... Na, endlich! Bis zum nächsten Mal.